Denn wir reden jetzt darüber, was deine E-Mail-Marketing-Software dir nicht sagt und ich bin mir sicher, das wird den einen oder anderen überraschen. Das heißt, wir sprechen heute über einen unsichtbaren Key-Performance-Indicator. Das ist kein Scherz und ich möchte euch heute zum Umdenken anregen, denn ich werde euch heute womöglich ein paar Sachen sagen, die ihr so noch nie gehört habt über E-Mail-Marketing, obwohl das Thema ja eigentlich jetzt kein brandneues ist. Und glaubt mir, seid gespannt. Ich habe den Vortrag so übrigens noch nie woanders gehalten. Das heißt, ihr habt heute wirklich die absolute Premiere und ich bin auch gespannt, was ihr davon haltet. Erstmal freue ich mich, dass ihr da seid. Der Tag hat ja schon ein paar Stunden Konferenz hinter sich. Ich freue mich, dass ihr noch immer dabei seid. Ich hoffe, ihr seid frisch. Atmet gern noch einmal durch. Holt euch nochmal ein Glas Wasser, falls nicht eh schon da ist oder Bier, Schnapps, Wein oder einen Kaffee natürlich oder einen Tee. Und dann starten wir direkt durch. Wir haben heute eine kleine Agenda. Agenda. Einmal natürlich. Welchen sehr wichtigen KPI sagt dir dein E-Mail-Marketing-Tool nicht? Da steigen wir direkt ein und ich komme da auch direkt zum Punkt. Und dann erzähle ich dir, was du über deine Zustellrate wissen solltest und welche Faktoren gibt es, die du natürlich in dem Zusammenhang auch unbedingt kennen solltest. Und ich erkläre dir natürlich auch ein paar konkrete Maßnahmen, damit du das Problem selber lösen kannst. Das sollte natürlich immer mit dazugehören. So, wer mich noch nicht kennt, beruflich wisst ihr jetzt schon, was ich mache. Ich bin auf das Thema Marketing-Automation spezialisiert. Ansonsten könnt ihr mal davon ausgehen, ich komme seit, oh Gott, ich fühle mich fast wie ein Dinosaurer, wenn ich mal die Zeit nachdenke. Ich bin schon sehr lange im Online-Marketing aktiv, bin zertifiziert in allen möglichen Bereichen. Ich bin Dozent für das Thema Marketing-Automation und seit 2017 jährlich zum Consultant prämiert. Ihr seht hinter mir hier oben die quasi Ahnenreihe von jährlichen Preisen, die wir gewinnen. Und es gibt einige und womöglich beschreibt mich der eine Satz mit am besten. Es gibt einige, die machen auch Automatisierung und ich mache nur Automatisierung. Und deswegen, ich finde immer witzig, wenn irgendwelche Dienstleister sagen, wir sind absolute Profis in dem Bereich E-Mail-Funnel und wir kennen uns wahnsinnig aus. Und ich frage dann, wie viele E-Mail-Funnel habt ihr denn im letzten Jahr gebaut? Und die sagen, ach, bestimmt ein Dutzend. Da sage ich, das ist super. Wir haben im letzten Jahr über 1.000 gebaut. Das ist kein Scherz. Wir haben im letzten Jahr, habe ich mit meinem Team über 1.000 E-Mail-Funnel aufgebaut für unsere Kunden. Und ich rede jetzt nicht von 1.000 E-Mails und 1.000 versendeten E-Mails. Ich rede über 1.000 Funnel. Wir haben natürlich ein paar Millionen Mails versendet. Das heißt, wir wissen ganz gut, was wir da machen. Und heute erzähle ich ein paar Insights daraus. Und natürlich darf es nicht fehlen. Wenn ich angeben wollte, würde ich euch die Folie zeigen. Wir sind in so ziemlich allen Bereichen ausgezeichnet und wir haben ganz viele tolle Kunden. Und ich habe ein ganz tolles Team. So viel zur Eigenwerbung. Und ich will euch gar nicht auf die lange Folter spannen, sondern ich möchte jetzt mit euch das Thema Umdenken beginnen. Und ich möchte mit euch den unsichtbaren KPI besprechen, der doch tatsächlich einigen fehlt. Ihr alle kennt irgendwie die ganzen Statistiken in eurem E-Mail-Marketing-Tool. Ihr versendet eine E-Mail und dann kriegt ihr irgendeine Form von Report. Die Reports könnten so aussehen. Da seht ihr Öffnungsrate, Klickrate, Abmelderate. Schon mal nicht uninteressant. Und andere Tools zeigen euch dann hier noch Öffnung, Klicks, Empfänger insgesamt, versendet am. Dann gibt es manchmal hier so schöne Kreisdiagramme. Da habt ihr dann Öffnung, Klicks, ungeöffnet. Bounces ist jetzt hier mit drin, Abmelderate. Manchmal ist die Spam-Beschwerderate mit bei. Was haben wir hier? Unique Open, Not Open, Bounced. Also zwischen Unique und Total Open wird auch noch manchmal unterschieden. Ist alles nett. Und so gibt es jedem Tool unterschiedliche Statistiken, die so ausgegeben werden. Und die sind alle hilfreich. Und der Grund, warum ich diesen Vortrag mache, ist genau das. Das ist so der typische Funnel. Und das sind die KPIs, die E-Mail-Marketer so typischerweise sehen. Egal, ob du jetzt Unternehmer bist, Unternehmerin oder der Marketingverantwortliche von einem Shop. Ist völlig egal. Das sind häufig so die KPIs, an denen man sich irgendwo langhangelt. Man hat irgendwie eine Öffnungsrate, eine Klickrate. Conversion-Rate auf der Webseite, das ist dann nochmal ganz interessant, was passiert an Umsatz. Ob man jetzt noch eine Spam-Beschwerderate oder Abmelderate mit dazu nimmt. Alles in Ordnung. Alles nicht verkehrt. Tatsächlich gibt es einen Key Performance Indicator, der in keinem Tool wirklich ausgegeben wird. Und das hat auch einen Grund, weil das Tool selbst diesen KPI nämlich gar nicht richtig ermitteln kann. Und der KPI, über den ich rede, der gehört oben drüber. Der gehört auch von der Funnel-Logik oben drüber. Ich rede über die Zustellrate. Und das ist ganz witzig, weil allen irgendwie klar ist, was das Wort bedeutet. Aber kaum einer weiß, was heißt es denn eigentlich in dem E-Mail-Marketing-Kontext ganz konkret. Und ich möchte euch mal eine Sache sagen. Ich habe in den letzten E-Commerce Weeks von Akquisa, haben wir ja natürlich auch Kontakte bekommen, logischerweise. Also wir haben ein paar Leute kennengelernt aus dem Bereich E-Commerce. Und wir haben in den letzten Monaten uns mal die Mühe gemacht und haben einen Schnitt ermittelt. Wir wollten einfach mal wissen, wie sind denn die Profis, die hier bei so einem Vortrag mit dabei sind, also die eigentlich jetzt schon sich weiterbilden, die Wert auf neuen Input legen, auf neue Impulse legen. Wie sind denn diese Profis unterwegs? Und da haben wir festgestellt, meine Güte, das ist ja spektakulär, weil da sind, da klafft eine große Lücke. Wir haben festgestellt, dass im Schnitt 55% der E-Mails bei den Versendern der E-Commerce Week, also wohlgemerkt der Oberklasse, nicht ankommen. So, falls du jetzt denkst, ja, was meint er denn, hier Spam und nicht geöffnet und nichts weiter. Nein, nein, ich meine es ganz ernst. Ich rede also nicht von einer Öffnungsrate, nicht davon, dass E-Mails nicht geöffnet werden. Ich rede auch nicht davon, dass E-Mails im Werbetab landen oder im Spam-Ordner oder als Spam deklariert werden, meine ich gar nicht. Ich rede wirklich davon, dass ihr beispielsweise 1000 E-Mails verschickt und von diesen 1000 E-Mails auf dem Weg von eurem Newsletter-System zum Kunden diese E-Mails verschwinden. Die kommen nicht an. Die werden niemals in dem Postfach zugestellt. Das heißt, bei dem einen oder anderen ist natürlich nicht bei jedem die Hälfte. Also es war der Schnitt. Wir hatten einige, bei denen kamen nur 20, 25% an. Wir hatten einige, bei denen kamen 80% der E-Mails an. Was eigentlich für sich immer noch eine Katastrophe ist, könnte man jetzt mal so meinen. Aber der Schnitt war tatsächlich, 55% der E-Mails sind auf dem Weg verloren gegangen. Falls du jetzt denkst, wie kann denn das sein, möchte ich dich in den Kern fast aller Probleme im E-Mail-Marketing einführen, der tatsächlich gar nicht so bekannt ist. Und zwar in den Sender-Score. Der Sender-Score, das kann man sich ein Stück weit so vorstellen. Der Sender-Score ist wie ein Schufa-Eintrag. Also ich glaube, kein Unternehmen würde jetzt einen besonders tollen Kredit bekommen oder einen besonders tollen Kredit beantragen, wenn man selber sein Rating nicht kennt oder seine Schufa-Auskunft nicht hat. Und genauso ist es beim Sender-Score. Es gibt eine übergeordnete Institution, die heißt Sender-Score.org. Und diese übergeordnete Institution ermittelt für alle IP-Adressen, die etwas mehr versenden. Also es muss ein bestimmtes Versandvolumen da sein, aber das ist nicht hoch. Also es sind ein paar hundert im Monat, dann habt ihr schon dieses Rating. Dann wird diese IP-Adresse von euch geratet. Und es gibt ein Rating zwischen 0 bis 100. Und das Spannende ist, und das ist eigentlich auch ganz gut nachvollziehbar, stellt euch vor, ihr wärt jetzt ein Internet-Service-Provider, zum Beispiel, euch würde Web.de gehören. Und jetzt habt ihr ganz viele Postfächer und ihr habt natürlich jetzt zwei Interessensgruppen. Ihr habt auf der einen Seite eure Kunden, also die, die das Postfach bei euch haben, und natürlich möglichst wenig Spam haben wollen. Das ist logisch. Kein Mensch will gerne Spam empfangen, nicht mal im Spam-Ordner. Und auf der anderen Seite habt ihr die zweite Interessensgruppe, die, die mit euren Kunden kommunizieren will. Und jetzt müsst ihr halt irgendwie gucken, wie matcht das zusammen, sodass beide Interessensgruppen glücklich sind. Und ein einfacher Weg ist natürlich zu gucken, wenn jetzt eine E-Mail kommt, wie ist denn der Schufa-Eintrag dieser E-Mail, sprich, wie ist denn der Sender-Score? Und wenn der Sender-Score ein bestimmtes Level unterschreitet, dann würdet ihr natürlich sagen, okay, die IP-Adresse ist ja nicht umsonst so schlecht geratet. Ich lasse die E-Mail einfach mal gar nicht durch. Was tatsächlich viele nicht wissen, wie viele 100 E-Mails pro Tag euch nicht erreichen. Tatsächlich gar nicht erreichen. Also wer denkt, wow, ich kriege 100 E-Mails am Tag und nochmal 100 im Spam, ist nett. Wahrscheinlich hättest du 600, 700 bekommen, die du gar nicht bekommen hast. Und dann bleibt das übrig. Und das ist genau das, worum es geht. Okay, das heißt, dieser Sender-Score, da gibt es auch ganz jährlich Statistiken zu. Also jährlich wird das mal aktualisiert. Wie ist denn mit welchem Sender-Score-Band bei den einzelnen Anbietern die Zustellrate? Und dann gibt es so eine schöne Übersicht. Und da kann man gucken und sieht, okay, ein Gmail-Postfach, was ja wohlgemerkt das meistgenutzte Postfach ist auf diesem Planeten. Selbst von B2B sehr häufig benutzt. So sieht man, dass bei einem Sender-Score von, machen wir mal hier die goldene Mitte, von 41 bis 50 die Zustellrate im schlechtesten Moment bei 33 Prozent liegt. Jetzt würde man sehen hier, okay, Microsoft lässt ein bisschen mehr durch. Also wenn jetzt ihr an ein Outlook-Postfach, Office 365, Microsoft Exchange und so weiter. Wenn ihr dort eine E-Mail hinschickt, habt ihr den großen Effekt. Microsoft lässt gütigerweise ein paar E-Mails mehr durch. Aber auch hier seht ihr 53 Prozent. Yahoo hat nochmal ein bisschen andere Filter. Die meisten Anbieter orientieren, also ihr seht halt jetzt hier nur drei, die meisten Anbieter orientieren sich an den Großen. Also natürlich jetzt ein Web.de erfindet das Rad nicht selbst neu, hat keinen hochkomplexen eigenen Algorithmus, sondern die sagen, okay, wir machen das die drei Großen und orientieren sich daran tendenziell eher zu Gmail, weil Gmail halt die meisten Erfahrungswerte hat. Und das heißt, ihr könnt davon ausgehen, wenn euer Scoring Stand heute, der wird übrigens alle paar Tage neu ermittelt, also der wird immer wieder refreshed, Wenn ihr Stand heute jetzt einen Senderscore habt von 50 Prozent und ihr macht jetzt gerade euer großes Oster-Mailing für die nächsten zwei Wochen und sagt, ihr habt eine mega Sensation und ihr habt geile, geile, geile Angebote und ihr schickt das raus und ihr habt einen Verteiler von 10.000 Empfängern, ist nett, im Fall der Fälle wäre hier genau der Schnitt irgendwie so roundabout 45, 50 Prozent eurer Empfänger würden die E-Mail überhaupt nur bekommen. Der Rest bekommt die nicht. Und dann von den 50 Prozent, die die bekommen, wäre dann das Thema immer noch Spam und dann wäre noch das Thema Öffnungsrat und dann ist noch das Thema Klickrat und dann kommen wir immer noch auf die Conversion Rate, auf die Webseite. Und das ist genau das Problem. Und das Symptom dazu zeigt sich tatsächlich an einer ganz anderen Stelle, die ihr gar nicht seht oder die ihr schon seht und zwar an der Öffnungsrate. Das heißt, wenn ihr jetzt eine Öffnungsrate habt, die mit einem steigenden Verteiler und mit einem immer älter werdenden Verteiler immer kleiner wird, dann ist das ein sehr gutes Indiz dafür, dass euer Senderscore weit unterdurchschnittlich ist. Wenn ihr also irgendwann mal angefangen habt und ihr hattet eine Öffnungsrate von 45 Prozent und das ist absolut realistisch, selbst bei größeren Verteilern und ihr habt dann irgendwann noch 30 und 35 und dann 20 oder 25 und dann geht es unter 20, dann ist dort definitiv einiges im Argen. Wir haben Kunden, die haben über 80.000, 90.000 im Verteiler und die haben Zustellraten, Öffnungsraten, Öffnungsraten auf den gesamten Verteiler von über 30 Prozent. Es geht. Man muss nur wissen, wie. Dann ist doch die wichtige Frage, was beeinflusst denn den Senderscore? Also wie kann ich denn meinen eigenen Schufa-Eintrag an der Stelle pimpen? Da gibt es tatsächlich erheblich mehr Punkte, als ich heute in dem Vortrag erklären kann, weil die Zeit ist knapp. Und ich werde euch heute auf jeden Fall mal drei Punkte mitgeben, was ihr beeinflussen könnt. Es gibt noch ein paar mehr, aber ich gebe euch jetzt schon mal die gute Nachricht. Wenn ihr wollt, kriegt ihr die restlichen Punkte kostenfrei auch zugeschickt. Ihr könnt euch also gerne im Nachgang weiter informieren und weiter billen. Senderscore, also was haben wir denn hier an Faktoren? Wir hätten einen Faktor, der heißt Mailing-to-Spam-Traps, also die guten alten Spam-Fallen. Falls du dich jetzt fragst, Mensch, was sind denn Spam-Fallen? Dann ist eine Sache wichtig zu verstehen, es gibt zwei unterschiedliche Arten von Spam-Fallen. Nämlich einmal die sogenannten pristine oder die true Spam-Fallen und die pure Spam-Fallen oder auch recycelte Spam-Fallen genannt. So, das sind erstmal zwei unterschiedliche Arten. Beide sind schlecht, also in beide solltet ihr nicht tappen. Man kann die eine sehr gut ausschließen, die andere relativ schlecht. Also, die true Spam-Fallen, das sind Mail-Adressen, die waren niemals gültig. Die gab es nie. Das heißt, das sind tatsächlich Mail-Adressen, die werden unter anderem auch von Senderscore, aber auch von Blackhouse und von diversen anderen Anbietern werden diese Mail-Adressen im Internet gestreut, erzeugt und gestreut. Und die können, die werden auf Webseiten im Code verpackt, sodass nur Bots sie auslesen können. Menschen sehen diese E-Mail-Adressen also nicht. Also, es ist unmöglich, dass ein Mensch bewusst diese E-Mail-Adresse anschreibt. Das passiert immer dann, wenn wir irgendwelche Unternehmen haben, die jetzt mit Bots und ganz viel Technologie-Webseiten crawlen in Massen und damit natürlich ganz viele Adressen sammeln und dann diese E-Mail-Liste haben und idealerweise natürlich dann die E-Mail-Liste anschreiben und da freuen sich dann die Spam-Fall-Leger, weil die sagen dann, haha, die E-Mail-Adresse hätte ich sogar nicht haben dürfen, jetzt bist du reingetappt und dafür gibt es natürlich eine fette Abstrafung. Und genau, das heißt, in diese Spam-Falle kannst du eigentlich fast nur reintappen, wenn du Listen kaufst und die in deine Datenbank lädst. Ansonsten ist das unmöglich, es sei denn, du hast natürlich einen eigenen Bot, der Sachen ausliest. Also, entweder du hast einen eigenen Bot oder du kaufst Listen, dann besteht die Chance, dass du diese Spam-Fallen in deiner Liste hast und dann sinkt dein Sender-Score G0. Das macht natürlich keine Freude. Jetzt kommen wir zu dem viel größeren Problem, nämlich der recycelten Spam-Falle. Die ist potenziell bei jedem im Verteiler und wenn sie nicht heute drin ist, kann sie morgen drin sein. Jetzt kommt das Problem. Also, ihr habt eine Mail-Adresse und ihr habt beispielsweise, ich glaube, jeder von euch hat sich bei irgendeinem, einem Anbieter irgendwann mal eine Mail-Adresse geholt und die nicht mehr benutzt. Ich weiß, bei web.de habe ich mal eine mir geholt oder bei Yahoo hatte ich, glaube ich, auch mal eine. Das sind so Mail-Post-Fächer, die hat man irgendwann mal benutzt, vielleicht auch mal ein Jahr oder mal zwei, aber lange her und die benutzt man jetzt nicht mehr und man braucht die auch gar nicht mehr. Wenn so ein Internet Service Provider jetzt sieht, ah, eine Mail-Adresse, die wurde ein Jahr lang gar nicht genutzt, gab kein Login, gab keine Kommunikation, nichts in dergleichen, dann kann und macht der daraus eine recycelte Spam-Falle. Das heißt, das sind E-Mail-Adressen, die haben mal echten Menschen gehört, die haben wirklich darüber kommuniziert, sich möglicherweise für euer Newsletter eingetragen und sind einfach nicht mehr aktiv. Und der Provider macht daraus eine Spam-Falle. Der sagt nämlich, naja, wenn du jetzt immer noch den User anschreibst, dann war dir nie wirklich wichtig, was der von dir gemeint hat, weil der war ein Jahr lang nicht mehr online. Das heißt, der hat ein Jahr lang auf keine deiner E-Mails reagiert und du schreibst ihn immer noch fleißig an. Womöglich bist du ja doch ein bisschen mehr Spammer als vermutet und das wiederum senkt deinen Sender-Score. Das heißt, potenziell, wenn du mit einer Datenbank arbeitest, wo einige Einträge älter als ein Jahr sind, könntest du potenziell eine recyceltes Spam-Falle dabei haben. Muss nicht sein, kann aber. Jetzt ist die Frage, wie kannst du dich denn davor schützen? Also die True-Spam-Fallen ist sehr einfach, du kaufst keine Liste, Punkt, fertig, aus, einfaches Möglichkeit. Und wenn du dennoch mal Listen hast, gekauft hast, reden wir über Datenschutz und Rechtswege will ich gar nicht eingehen, dann nutzt du Services wie Clearout und Co. Das sind Services, die prüfen deine Liste auf bekanntes Spam-Fallen. Heißt nicht, dass alle raus sind, aber möglicherweise sehr viele. Und du kannst natürlich hoffen, dass dein E-Mail-Tool, was du nutzt, ebenfalls eigene Filter derart hat. Das haben einige, aber leider nicht alle. Also wenn du eine Liste gekauft hast, Minimum einmal filtern oder wie man auch im E-Mail-Marketing sagt, einmal waschen, bitte. So, dann haben wir die recycelten Spam-Fallen und hier brauchst du ein bisschen Datenbank-Know-how oder ein bisschen Datenbank-Filtermöglichkeiten. Es ist sinnvoll, wenn du Empfänger, die seit sechs Monaten keine E-Mails von dir mehr geöffnet haben, also bekommen haben sie einige, aber geöffnet haben, dass du die entweder ganz konsequent vom Versand ausschließt. Könnte man auch ehrlich sein, wenn die sechs Monate nichts konsumieren, dann kommt danach höchstwahrscheinlich auch nicht mehr viel. Du kannst natürlich bei sechs Monaten noch recht entspannt sein und sagen, bevor ich die einfach direkt ausschließe vom Versand, jage ich die durch eine Reaktivierungskampagne. Das heißt, jetzt darfst du mal deine komplette Marketing-Keule rausholen und mal eine Kampagne machen, nur für die, die seit sechs Monaten keine Reaktion mehr gezeigt haben. Und kannst einfach mal schauen, ist irgendjemand von denen reaktivierbar? Wir haben Kunden mit sehr großen Verteilern, da haben wir tatsächlich mit dieser Reaktivierungskampagne richtig Umsatz machen können. Da hat man das Gefühl, die haben nur darauf gewartet, dass irgendwann mal was kommt. Möglicherweise war auch einfach die E-Mail für diese Nutzer einfach mal laut genug. Also ihr wisst, was ich meine. Es gibt so sehr werbestarke E-Mails. Die mögen natürlich nicht alle, das ist mir schon klar. Aber wenn ihr denkt, friss oder stirb, also entweder du öffnest jetzt noch diese E-Mail oder ich schließe dich vom Versand aus, dann kann man auch mal so eine laute E-Mail verschicken und dann habt ihr eine gute Chance. Eine weitere Möglichkeit ist, wenn ihr passive Empfänger habt, ihr könnt die natürlich über eine andere IP-Adresse anschreiben. Dann leidet zwar diese IP-Adresse, aber nicht eure Haupt-IP-Adresse. Das sind drei Möglichkeiten. Ihr könnt die natürlich alle auch frei kombinieren und dann schützt ihr euch ganz effektiv vor Spam-Fallen und geht somit einen der vielen Punkte vom Sender-Score aus dem Weg. Also Lösung, selektiere deine passiven Empfänger und schließe sie am besten vom Versand aus. Die machen eh nichts. Die sind auch für die Statistik nicht gut. Die sorgen übrigens an ganz anderen Stellen noch für Probleme. Dazu später mehr. So, haben wir erstmal den Punkt 1. Also Mailing to Spam-Traps, wisst ihr jetzt Bescheid, solltet ihr vermeiden. Natürlich ist jede Eintragung in einer Whitelist schön. Haha, ja, kennt ihr. Nutzer können euch natürlich manuell einer Whitelist hinzufügen. Und jetzt ist eine Sache ganz wichtig, die wir sehr schnell übersehen. Es ist ja so, wenn ein User, ein einziger User euch der Blacklist hinzufügt, heißt es ja nicht, dass dieser eine User keine E-Mails mehr bekommt, sondern dass ganz viele andere User auch keine E-Mails mehr von euch bekommen. Wenn ein User euch als Spam markiert, heißt es nicht, dass dieser eine eure E-Mails nicht mehr bekommt, sondern viele andere auch. Und genau den Effekt haben wir Gott sei Dank auch im Positiven. Das heißt, wenn ein User euch manuell einer Whitelist hinzufügt, ist auch das ein Signal, was direkt auf den Sender-Score einzahlt. Das wird von jedem Internet-Service-Provider weitergeleitet an den Sender-Score. Und das stärkt euer Scoring nachhaltig. Also das ist ein Effekt, der immer wieder mit ins Rating reingeht. Jeden Monat oder jedes Rating eigentlich sogar. Und jetzt ist natürlich der Punkt, wenn euch sogar mehrere User auf die Whitelist packen, dann habt ihr eine massiv bessere Zustellrate. Und jetzt gibt es nur das Problem, natürlich wissen einige User, erstmal haben die keine Lust dazu, weil die gar keinen Grund haben, weil die aber auch nie die Info bekommen, dass sie es machen sollten. Und einige wissen auch gar nicht, wie es geht. So, damit haben wir also zwei Probleme. Einmal die Motivation und einmal das Know-how. Und dafür können wir natürlich sorgen. Das heißt, es wäre eine relativ kluge Sache, wenn ihr einem User, der beispielsweise ein GMX-Postfach hat, so eine Mail schickt mit einer Anleitung. Das heißt, lieber User, du willst ja jetzt auch die Angebote von uns haben, du hast dich gerade zu unserem Newsletter angemeldet, finden wir ganz toll. Du weißt, manchmal ist es so, Nachrichten gehen im Alltag unter und wir haben natürlich auch immer wieder die Gefahr, dass wir dir ein geiles Angebot schicken und du es gar nicht bekommst. Um das zu verhindern, locke dich bitte jetzt einmal kurz in deinem GMX-Account an und mache es wie folgt. Und dann seht ihr hier schon Punkt 1, klick auf Einstellung, Whitelist, gmx.de, füge also deine Mailadresse hinzu, bei mir wäre es autima.de und dann auf Speichern. So, hätten wir eine coole Anleitung, meine Empfehlung ist, baut Anleitungen für die großen Bekannten. GMX, Gmail, Google Mail ist das gleiche, T-Online, Yahoo, AOL, Web.de, Outlook, Hotmail, Live, iCloud, Mail. Okay, wenn ihr für die das schon mal gebaut habt, dann habt ihr ein großes Kino, es gibt natürlich noch ein paar mehr, das in anderen Ländern habt ihr dann Bluewind zum Beispiel noch mit bei aus der Schweiz. Da gibt es überall nochmal so ein paar Punkte, aber wenn ihr die habt, habt ihr wirklich Pareto hoch 2 gearbeitet und habt so ziemlich 80, 90 Prozent aller privaten Empfänger oder auch aller, die sich mit einer privaten Mailadresse anmelden, damit abgefrühstückt. Und übrigens auch hier an der Stelle macht es die Mischung, also selbst im B2B ist das relevant, weil auch hier, es gibt immer wieder Leute, die melden sich mit den privaten Mailadressen an. Ich könnte wetten, ihr habt auch euch hier alle, einige mit einer privaten angemeldet und auch hier wäre ein Whitelisting, halt würde dazu beitragen, dass auch alle B2B Kontakte mehr E-Mails bekommen. Also die Lösung, ihr baut eine automatisierte Kampagne, die fragt den Empfänger ab, enthält die E-Mail-Adresse at gmx.de, enthält die at googlemail oder at gmail.com, enthält die at t-online, enthält die Yahoo, enthält die AOL, enthält die web.de und so weiter. Und dann schickt ihr den Empfängern eine Whitelist-Anleitung passend zu ihrem Hoster und dann habt ihr, das könnte übrigens der allererste Kontaktpunkt sein, also jemand trägt sich zum Newsletter ein und das könnte dann wirklich die erste, zweite E-Mail sein, die ihr direkt nach der Eintragung bekommt. Und dann habt ihr eine sehr hohe Motivation und wenn ihr im Jahr einfach mal ein paar Dutzend dazu bekommt, euch auf die Whitelist zu setzen, sensationell, geileres Signal gibt es für den Senderscore kaum. Dann haben wir hier den Punkt 2 und jetzt kommen wir natürlich zu dem Punkt 3. Subscriber Engagement, wir reden hier über das Nutzerverhalten. Das Nutzerverhalten wird hier auch ausgewertet und falls ihr jetzt denkt, Mensch Nutzerverhalten, woher kommt denn das? Das möchte ich euch ganz gerne einmal skizzieren. Das meistgenutzte, also die meisten E-Mails werden am Smartphone gelesen. Wissen wir mittlerweile, weit über 60% der E-Mails werden am Smartphone gelesen, meistens auch zuerst gelesen, einige später zum zweiten Mal dann am Rechner. Und das meistgenutzte Betriebssystem ist das Betriebssystem Android, kein Geheimnis. Also wir wissen alle, wem Android gehört, nämlich Google. Dann wissen wir, das meistgenutzte Postfach auf diesem Planeten ist das Gmail-Postfach. Aha, jetzt merkt ihr schon, auf was ich hinaus will. Wenn ich in einer E-Mail einen Link anklicke, wird höchstwahrscheinlich der meistgenutzte Browser auf diesem Planeten genutzt, der ist Chrome. Und wenn ich dann auf der Webseite drauf bin, ist möglicherweise auf der Webseite das meistgenutzte Webseiten-Analyse-Tool Google Analytics. Das heißt, Google kann tatsächlich von ganz vorne bis ganz hinten alle E-Mail-Userverhalten, User-Statistiken ermitteln und tut das auch. Die haben von ganz vorne bis ganz hinten, die tracken die Ladezeit eurer E-Mail, die tracken, wie weit ihr reinlest, die tracken, wie häufig die E-Mail geöffnet wird, die tracken, ob ihr eine E-Mail weiterleitet, ob ihr die beantwortet, ob es einen Dialog gibt, ob ihr auf einen Link klickt, wie lange die Ladezeit ist, wie lange ihr auf der Seite seid, ob ihr die Seite wieder besucht und so weiter und so fort. Das werten die alles gnadenlos aus. Und ja, das fließt in euren Sender-Score ein. Falls du jetzt denkst, mein Gott, Google ist ein Teufel, ich darf dich beruhigen. Ja, die anderen sind auch böse, denn Microsoft hat das meistgenutzte Betriebssystem auf diesem Planeten mit den ganzen Windows-Applikationen. Und ja, die haben auch ein eigenes E-Mail-System, nämlich Outlook, Office 365. Und wenn ihr dort einen Link anklickt, dann kommt ihr über den Explorer oder neu durch Edge auch zu dem Ziel. Und die haben auch eigene Suchmaschinen und LinkedIn haben sie auch, gehört auch alles Microsoft. Und die werten damit eure Daten ganz genauso aus. Also die haben genauso diese kompletten User-Daten und nutzen die und geben die auch wiederum an Sender-Score weiter. Falls ihr jetzt denkt, Mensch, Google und Microsoft, die sind ja böse. Ja, auch Apple gehört dazu, denn die haben iOS und den Mac, damit natürlich alle iPhone-User. Die haben das eigene Apple-Mail, die haben den eigenen Safari-Browser und so weiter und so fort. Also alle Daten, die ihr so, die ihr damit preisgebt, die werden genutzt und die Internet-Service-Provider analysieren den Sender-Score und auch das User-Verhalten und bewerten damit die Versender. Also sprich euch und entscheidend über Zustellraten und zwar bevor die E-Mail in die Post kommt, in die Post einfach geht. Das heißt für euch, die Empfehlung für mehr Engagement grundsätzlich solltest du also ganz sicher nur aktive Empfänger anschreiben. Jetzt rede ich also gar nicht mehr davon, dass es darum geht, unbedingt Spamfallen auszuschließen, sondern darum, dass auch die User-Signale leiden, wenn du passive Empfänger anschreibst. Denn passive Empfänger geben das schlechteste User-Signal zurück ans Postfach, nämlich eine E-Mail bekommen nicht geöffnet, interessiert mich nicht, was wiederum dann euren Sender-Score negativ beeinflusst. Sowieso solltet ihr damit aber natürlich auch die Spam-Fallen ausschließen. Aha, jetzt gibt es noch einen Punkt. Wenn ihr E-Mail-Marketing richtig gut macht, dann habt ihr dieses Problem. Wenn ihr es nicht gut macht, habt ihr es übrigens nicht. Also Datenbanken, wo schlechte Newsletter rausgeschickt werden, die haben selten das Problem mit Dubletten und Tripletten. Wenn ihr allerdings sehr aktiv in dem Bereich seid und ihr verschickt guten Content, gute Angebote, ihr macht ein gutes E-Mail-Marketing, dann habt ihr das Problem, dass die Leute sich bei unterschiedlichen Angeboten, wo sie kaufen können, dann können sie sich mal ein Webinar einloggen, dann können sie mal, weiß ich, bei Social Media ein Gewinnspiel, Newsletter-Anmeldung, Rabattcode, whatever. Es gibt zig Möglichkeiten, wo die sich wieder anmelden können und dort melden die sich mit einer zweiten Mail-Adresse an. Und dann habt ihr dieses Luxusproblem, nämlich, dass wenn Leute mehrfach in eurer Datenbank sind und ihr sendet jetzt eine Newsletter und dieselbe Person die gleiche E-Mail mehrmals, kennt ihr wahrscheinlich alle. Ihr habt ein Postfach und dann auf einmal kommt Newsletter und kommt viermal bei euch an in vier unterschiedliche Postfächer. So, was macht der normale Mensch? Der normale Mensch liest die Mail einmal, ihr seid ja nicht umsonst dort angemeldet, wird einmal konsumiert, einmal gelesen, geöffnet, geklickt, was auch immer. Und die anderen drei, seht ihr ja schon, sind andere. Das heißt, die löscht ihr ungelesen. Also im besten Fall ist es ein schlechtes User-Signal. Im schlimmsten Fall, und das ist leider eine Sache, die statistisch auch ausgewertet ist, habt ihr eine Austragung. Das heißt, die Dubletten und Tripletten tragen sich aus. Auch das ist ein eindeutig schlechtes User-Signal, was auf euren Senderscore negativ einzahlt. Jetzt haben wir hier die Abmeldung und die Austragung. Austragung ist okay, also ist auch nicht schön, aber kann man noch mit leben. Das viel größere Problem sind Spam-Beschwerden. Und da muss man einfach sagen, es gibt viele Empfänger eurer E-Mails, die wissen nicht, was sie damit wirklich anrichten. Die markieren das Ding als Spam, weil sie die E-Mail nicht mehr bekommen wollen, weil sie zu lange, weil sie entweder gar nicht wissen, dass es einen Abmeldelink gibt. Und da kennt ihr alle Leute, die euch antworten, bitte aus dem Verteiler nehmen, wo ich sage, Mann, da ist ein Abmeldelink drin, der ist riesig groß, drück einfach drauf. Nein, die antworten euch, weil sie es nicht wissen. Und im schlimmsten Fall sind genau die, die hier nicht wissen, dass sie sich abmelden können, die markieren euch als Spam oder markieren euch als Werbung. Und das ist statistisch gesehen über 4000% wahrscheinlicher, wenn Leute bei euch doppelt in der Datenbank sind. Das heißt, ihr werdet sogar für gutes E-Mail-Marketing ein bisschen bestraft. Also ihr macht gutes Marketing, Leute tragen sich mehrfach ein, weil die euch toll finden, weil die es gar nicht bewusst machen. Die tragen sich dann teilweise mit Rechnung-Ad nochmal ein, mit Partnerprogramm-Ad und so weiter, weil die das über unterschiedliche Mail-Adressen abwickeln. Und ihr müsst es dann ausbaden, weil die Leute sich häufiger abmelden. Es sei denn natürlich, ihr habt Tools, die die Dubletten erkennen und zusammenführen. Also dass man sagt, ich habe einen Kontakt und dieser eine Kontakt, ja, der hat drei Mail-Adressen. Und wenn ich Newsletter schreibe, schreibe ich den nur an eine der drei, nämlich an die aktivste Mail-Adresse. Das ist die einfache Lösung. Grundsätzlich wisst ihr also, Dubletten sind das Säurebad für die E-Mail-Liste, weil egal wie, die Leute springen euch ab, die melden euch als Spam und euer Senderscore sinkt. Das ist also tatsächlich die Gefahr des guten E-Mail-Marketings, gewissermaßen die Bestrafung. So, was ebenfalls toll ist, eure E-Mails werden geöffnet, gelesen, umso häufiger, umso besser. Das ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Eure E-Mail wird schnell geladen, habe ich kurz erzählt. Also eine wunderbar aufgepunkte, bunte Newsletter-E-Mail ist tatsächlich ziemlich schlecht. Würde ich also versuchen, so weit wie möglich zu vermeiden. Ladezeit ist ein Thema. Übrigens ganz toll, auf eure E-Mail wird geantwortet und es entsteht ein Dialog. Also, falls ihr noch habt, wäre jetzt der späteste Zeitpunkt, diese Mail-Adressen, no-reply-at-irgendwas, sofort zu beerdigen. Denn das ist genau das Kontraproduktivste, was ihr machen könnt für eine gute Zustellrate. Also im Sinne von, ich möchte dich zuspammen, aber bitte antworte nicht, weil die wird eh nicht bearbeitet. Das ist so ziemlich, so aus Senderscore, das echt Blödeste, was man machen kann. Also beerdigt bitte diese Mail-Adressen und schreibt gerne auch mal, bitte antworte mir auf diese Mail. Ja, ihr werdet den einen oder anderen haben, der mit euch kommuniziert. Aber es ist ja auch toll, also es sind ja Kunden. Ich finde witzig, manche Shop-Systeme haben auf der einen Seite die no-reply-at, aber bieten dann auf dem Shop ein Chat-System an. Wo ich sage, dann kann ich doch per E-Mail auch antworten, wo ist das Problem? Also, fördert gerne mal den Dialog. Er ist extrem hilfreich für den Senderscore. Ebenfalls toll, euer Kontakt ist bei dem Empfänger im Kontaktbuch eingespeichert. Sehr hilfreich. Könnt ihr natürlich einfach auch mal provozieren. Also im Sinne von, speicher mich ein, hier übrigens auch das und das und das. Oder ihr schickt einfach mal eine V-Card mit, dann können die Leute das auch einfach einspeichern und haben auch einen Grund dafür. Und natürlich, last but not least, positives User-Verhalten auf eurer Ziel-Website, auf der Landingpage etc. Ist auch extrem wichtig. Also guckt einfach, dass ihr die User dahin schickt, wo ihr natürlich dann auch wisst, die bleiben lange da und die Angebote passen zusammen. So, damit haben wir drei Punkte für den Senderscore schon mal besprochen. Und ja, es gibt noch mehr Punkte. Es gibt sogar ganz grundlegende Punkte, aber das schaffen wir leider nicht mehr. Wir haben noch acht Minuten, dass ihr es schon mal gehört habt. Spam-Meldung, Blacklist, Mail to unknown User, Bounce Rate, grundsätzlich Shared-IP-Versand. Aber all das, wie versprochen, später, wenn ihr wollt. So, der Content-Part ist jetzt erst mal soweit vorbei. Das heißt, jetzt wisst ihr, was da ist. Es kommt heute erst mal nichts Neues mehr dazu. Und natürlich möchte ich euch jetzt noch ein Angebot à la Don Corleone machen. Und das Angebot, was ich euch jetzt mache, ist sehr außergewöhnlich. Hoffe ich doch zumindest, dass ihr es so wahrnehmt. Denn ich möchte euch ein Angebot machen, was einmal 100% kostenfrei ist und tatsächlich absolut unverbindlich. Und wenn ich unverbindlich sage, meine ich an der Stelle, ihr müsst keinen Termin buchen, ihr müsst kein Formular ausfüllen, nichts dergleichen. Es ist absolut unverbindlich. Und ihr kriegt innerhalb von 24 Stunden das Ganze bearbeitet. Und ihr braucht keine Verkaufsberatung mit Termin buchen. Sondern das Ganze ist wirklich absolut frei. Das heißt, einmal, du hast gar keinen nennenswerten Aufwand, du hast gar keine Zeitverschwendung. Und einen echten Mehrwert ohne jegliche Verpflichtung. Du kannst also nur gewinnen. So, ich hoffe, ihr seid jetzt alle neugierig, was das Angebot ist. Mein Angebot ist ganz einfach. Du schickst mir eine Mail an die ECW. Das kommt von e-commerceweek.at.autima.de. Und in diese Mail packst du einfach nur deinen Shop rein. Oder deine Webseite, wo ich mich zum Newsletter anmelden kann. Dann bekommst du von mir persönlich deinen Senderscore zugeschickt. Ich ermittle den und schicke dir den zu. Mit einer kurzen Auswertung. Und du bekommst auch ebenfalls kostenfrei die restlichen Tipps versprochen, zu dem, was ich noch habe, zum Senderscore. Und du bekommst diese gesamte Präsentation hier als PDF auch noch zugeschickt. Und dann kannst du für dich einfach entscheiden, gibt es einen Handlungsgrund oder gibt es keinen. Und wenn ich deinen Senderscore ermittle, ich werde den natürlich genauso ermitteln, wie er da ist. Das heißt, wenn der bei 100 liegt, werde ich dir die freudige Botschaft übermitteln und sagen, ey, dein Senderscore ist bei 100 sensationell weiter so. All deine E-Mails kommen in die Postfächer. Hier die restlichen versprochenen Tipps, dass es auch so bleibt. Hier die Präsentation. Wenn dein Senderscore nicht so gut sein sollte, werde ich dir das auch sagen. Und dann weißt du aber auch, woran du bist und was du machen kannst. Ich werde dir dann auch sagen, was sind die Optionen. Und wenn du dann Lust hast, können wir uns unterhalten. Nicht umgekehrt. Das heißt, du sagst dann, okay, ich habe ein Thema und jetzt möchte ich gerne auch mal wissen, wie würde Outima denn dieses Problem lösen? Und dann haben wir einen Termin. Aber vorher völlig unverbindlich. Ich bin mir sicher, dieses Angebot gefällt dir. Und jetzt haben wir noch die mindestens fünf Minuten, die versprochen sind, um die Fragen und Antworten, also ihr habt die Fragen, ich habe hoffentlich die Antworten. Und genau darauf will ich jetzt mal eingehen. Ja, lieber René, dieses Angebot gefällt mir. Das freut mich. Beide, die du quasi zum Schluss gemacht hast. Wir haben eine Menge Fragen bekommen. Deswegen lassen wir uns einfach gleich reinhopsen. Jawohl. Das ist die erste Frage von Katrin. Wie verhält sich das mit den E-Mails, die nicht getrackt werden, zum Beispiel durch das Update von Apple? Dazu muss man ja sagen, dass das Tracking ja nicht auf, also ihr kriegt in eurem E-Mail-Tool das Tracking nicht, aber der Hoster hat das ja trotzdem. Der Hoster sieht ja dennoch, ob ihr eine E-Mail öffnet oder nicht, weil der ja das Postfach verwaltet. Und dass er diese Daten oder euer System quasi diese Daten nicht an das E-Mail-Marketing-Tool weiterleitet, ist eine zweite Sache. Das heißt, der Senderscore wird nach wie vor ganz genauso ermittelt. Das Einzige, was sich durch dieses Tracking, durch das, was Apple gemacht hat und was Android übrigens jetzt auch in dem Q2, glaube ich, geplant hat, die werden damit nachziehen, ihr könnt in eurem E-Mail-Marketing-Tool die Öffnungsrate nicht mehr so sauber wie früher ermitteln. Das hat sich geändert. Das wiederum hat keinen Einfluss auf euren Senderscore. Der Senderscore bleibt davon unberührt. Es kann nur sein, dass eure Öffnungsrate erst mal offensichtlich sinkt, obwohl sie es nicht tut. Also die Leute empfangen schon die E-Mail, aber melden es euch nicht zurück. Okay. Torsten hat auch zu dem Thema eine Frage, nämlich, wenn ich im Dashboard lese, Zustellung 99,4 Prozent, ist das dann tatsächlich so? Womöglich nicht. Also die Zustellung, die dort ermittelt wird, die wird ermittelt aus den Mails, die das Tool versendet und wo es keine sofortige Bounce-Meldung oder Spam-Meldung gibt. Es gibt auch Spam-Bounces, das ist was ganz abgefahrenes. Das ist quasi die Option, dass der Postfachbetreiber vormeldet und sagt, ah, ich habe die Mail bekommen, aber ganz ehrlich, ich würde die als Spam klassifizieren. Ich überlasse dir jetzt, willst du die versenden oder nicht? Und dann gibt es Tools, die versenden die trotzdem und gibt Tools, die versenden die nicht. Und das ist das, was mit der Zustellung gemeint ist. Das heißt, das Tool selbst sagt erstmal, ich habe alles versendet, mein Job ist getan. Heißt aber nicht, dass die E-Mails wirklich angekommen sind. Also hiermit wird nicht der Senderscore mit einbezogen. Ja, das ist, glaube ich, eines der größten Learnings heute von deinem Vortrag. Michaela stellt die nächste Frage. Ist der Senderscore eine Erklärung, dass insbesondere die Zustellung an T-Online-Accounts regelmäßig nicht funktioniert? Auch. Ja, T-Online ist, tatsächlich ist T-Online ein super Sonderfall. Und es gibt eine sichere Strategie für T-Online. Haha. Weil wir haben natürlich ein paar Kunden, die auch sehr, sehr große Verteiler haben. Also falls ihr den Verlag der Deutschen Wirtschaft kennt, Rentrop Verlag, die beraten wir auch im Thema E-Mail-Marketing. Und die haben natürlich ein paar Millionen T-Online-Adressen. Und es gibt tatsächlich Mittel und Wege, auch an T-Online-Adressen zuzustellen. Ja, der Senderscore ist ein Faktor, aber tatsächlich nicht der Einzige. T-Online stellt sich an sich ein bisschen quer. Da gibt es zwei Sachen zu wissen. Einmal, bei T-Online ist es total straight, wenn ihr eine T-Online-Adresse drei Monate nicht bespielt, macht T-Online automatisch eine Austragung. Finde ich ziemlich dreist, aber kann man mal wissen. Also ihr solltet T-Online-Adressen auf jeden Fall regelmäßig bespielen. Übrigens alle, aber T-Online ganz besonders. Und wenn ihr bei T-Online automatische Spam-Bounces bekommt, das macht T-Online manchmal, dass ihr eine Mail hinschickt, die kommt nicht mal an, die wird sofort als Spam deklariert, dann ist der zweite Weg tatsächlich, es klingt verrückt, aber der Rechtsweg. Ihr könnt T-Online verklagen. Wir haben dafür einen Standardvordruck und wir machen das bei einigen Kunden und die verstoßen gegen das Postgeheimnis. Ich wollte gerade fragen, weil sie das gar nicht dürfen eigentlich. Richtig, die dürfen das nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin dafür, dass wir uns dagegen wehren, weil die entscheiden einfach so, was als Spam deklariert wird, obwohl der Nutzer die E-Mails haben wollte. Da landen teilweise Double-Opt-In-E-Mails im Spam und damit, ja, also man kann sich rechtlich dagegen wehren und wir haben das für einige Kunden sehr erfolgreich umgesetzt, kostet keinen Cent, weil das musst du online bezahlen. Der Anwalt schickt immer wieder das gleiche Schreiben raus, wir geben die IP-Adressen an und danach funktioniert es tadellos. Okay, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie war so die Erfolgsrate und wie viel kostet das dann? 100 Prozent. sehr gut. Svenja fragt, bei HubSpot wird mir die Zustellrate angezeigt, ist diese vertrauenswürdig oder sollte ich den Sender-Score prüfen? Ich meine, dadurch, dass du es jetzt eben schon angeboten hast, würde ich sagen, prüfen es auf jeden Fall, oder Svenja? Prüfen. Bei HubSpot gibt es sogar noch eine kleine Sonderheit, da weiß ich, ich liebe Svenja nicht, welches HubSpot-Paket ihr habt, weil bei HubSpot hast du standardmäßig, wenn du nicht dieses Upgrade, was nicht unerheblich teuer ist, buchst, hast du standardmäßig ein Shared-IP-Versand und das ist technisch eigentlich das größte Problem von allen und deswegen, wenn du dieses Paket hast, musst du sogar regelmäßig deinen Sender-Score prüfen, weil du mit ganz vielen anderen in den Topf geworfen wirst. Wenn du dort eine exklusive IP-Adresse hast, dann hast du dein eigenes, aber auch da wieder gleiche Thema, die Zustellrate, die dort angezeigt wird, hat nichts mit deinem Sender-Score zu tun, prüfen oder prüfen lassen. Okay. Bettina fragt, nützen auch schon wenige Personen, zum Beispiel Fans, die uns in die White-Liste eintragen? Absolut, Bettina. Einige wenige reichen. Cool. Dann fragt da Tim, wie stehst du zu SPF und DKIM-Einträgen hilfreich zur Verbesserung der Öffnungsrate? Eigentlich absolute Pflicht. Also ohne würde ich überhaupt gar kein E-Mail-Marketing mehr betreiben, weil da wirst du so schlechte Zustellraten haben, das ist nicht mehr State of the Art, wie man so schön sagt. Also immer machen, bitte. Alles andere ist völliger Mumpels. Britta, mit der Britta wollen wir enden. Bester Vortrag heute. Vielen, vielen Dank. Und lieber René. Danke, Britta.